So, jetzt erzähle ich dir mal meine Berlin-Geschichte. Da bin ich ja mal gespannt. Also wie du weißt, laufe ich ja super gerne auf meinen Rollschuhen durch die ganze Stadt und dann kriege ich so was von gute Laune und dann kommen auf einmal Leute auf mich zu und sagen Du, neulich habe ich dich gesehen auf deinen Rollschuhen und ich kam gerade aus der Tür und hatte so miese schlechte Laune, ich war so schlecht drauf und da fegst du da an mir vorbei wie eine tanzende Elfe und ich hatte so gute Laune, das muss ich dir jetzt unbedingt erzählen und dann noch was, kommen wieder Leute auf mich zu und mein, du, als ich dich da auf den Rollschuhen sah Da habe ich den Entschluss gefasst nach Berlin zu ziehen Du warst der Grund warum ich hier bin Ja, wieder einer mehr Ja, und zwar richtig witzige Leute Ja, das ist immer ganz wichtig Das ist ganz wichtig Also, dass wir wieder bei den durchgeknallten sind Ja, unbedingt, ja Mehr davon, bitte mehr davon Ihr dürft alle herkommen Ja, damit wir es geht